Das ist hier Lindorf, Lindorf, Landkreis, Frenzburg-Eckernförde, am 25. Oktober 2012. Etwas Sonnenschein, ab und zu auch mal Regen hier heute. Die weißen Blätter hängen noch dran. Und hier, was haben wir da denn? Mauer. Nicht so schnell, nur 30, wegen Kinder. Da ist ein Tempel oder sonst was. Das ist hier auch mit so einem Turm dran. Kaffee Klub hier. Noch was in die Gate ist. Wir waren gerade unten. Im Glauben war das nicht verboten. Deswegen wurde da kein Geschirr mehr ausgeliehen. Irgendwas war dann nicht. Und länger her. Wir fahren jetzt aber rechts rum. Richtung Lugstedt. Und tschüss.